Hallo Leute, was geht mit euch? Ich zog heute wieder mal ein Spiel. Äh, wie heißt es nochmal? Äh, Blockhand, genau, mit Alex. Ja, hallo! Und auf wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, dieser... Ich hab das beste Versteck ever. Ja, so, ich hab auch das beste Versteck ever. Ja, ich bin so ein komisches Kaktusteil, äh, nicht Kaktusteil, sondern... Ja, Teil halt, so ein Ding halt. Und direkt, also das sind Fenster, okay? Und in diesen Fenstern sind halt solche Teile, nur in einem Teil ist halt nicht so ein Teil. Und da hab ich mich jetzt reingestellt. Als Flower Pot? Ja. Hab ich auch. Ja. Genau in den Fenstern ist nämlich kein Flower Pot, okay? Aber genau in anderen Flower, äh, Dings ist ein Flower Pot, okay? Ja, also normal sieht das... Fick dich. Oh, ich... Einer, der hat gerade den Flower Pot neben mir so angetatscht, oder glaube ich, oder ist nur vorbeigegangen. Ja. Bei uns sind die Togo... Okay, ich soll jetzt nicht mehr singen. Ich sing jetzt nicht mehr, okay. Du bist so schlimm, wie ich früher schlimm war. Äh, wenn ihr auf Flos Kanal geht, dann seht ihr, dass ich ganz böse Dinge bei Warface gemacht hab. Ich hab gesungen und geredet. Ja. Darf niemals mit Mut aufmachen. Was? Mach das nochmal vielleicht. Nein. Da hab ich sowas gesungen wie... Kaktus und Käsebrot. Nein, das hab ich nicht gesungen, oder? Nein, das hab ich nicht gesungen. Dürftest du nicht. Sondern? Hä? Solltest du eigentlich nicht getan haben. Ja, ich hab irgendwas anderes gesungen. Was dann so ganz oft gesungen hast. So, meine Damen und Herren, ich habe nur 20 FPS, das kann ich mir nicht erklären. Ah ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich wieder 40. Ach ja. Und niemals an einer Stelle bleiben, wenn du jemanden abschießt und dann der andere auch dich abschießt. Ja. Dann wollen wir mal eben ein paar... So, jetzt werde ich einmal ganz kurz mein Handy benutzen. Töten. Und dann macht man sowas. Und dann sowas. Und dann sowas. Und dann gehen wir nämlich da hoch. Heimlich. Ganz heimlich. Oh, töten! Oh, fuck. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Och. Oh, jetzt bin ich selber runtergefallen. Du hast wen gekillt? Was? Du hast wen gekillt? Ich habe ihn gekillt, ihr Bitches. Oh Gott. Oh, das schießt mich irgendwann ab. Aber... Oh, da drüben. Ich habe ihn. Ich weiß, wer er ist und wo er ist. Alter. Ich muss jetzt hier mein Handy auf die rechte Maustaste legen. Ach, wirklich? Das ist da, was da oben ist, oder? Ja, ich finde meine Zeit. Ach egal, ich mache das mit der Hand. Bogenkünste! Die ganzen fucking Miaus machen. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, da leckt einer. Fick dich, aber bitte mit Sahne. Oh, nicht da runterfallen, sondern da drauf springen wie Superman. Und dann da drauf springen wie Superman und dann merken, dass man da nicht hochkommt. Wie Superman. Wie bist du da hochgekommen? Ich bin gefallen. Natürlich habe ich hier auch Optifine installiert. Leider habe ich bei diesem fucking Shader diverse Bugs. Oh, das... Oh, das ist ein Typ. Da schießt mich einer ab, eine böse Person. Und das wollen wir jetzt aber gerne vermeiden. Und wieso trifft die... Oh, ich habe sie getroffen! Oh, ich bin... Ich sollte jetzt vielleicht nicht da runter springen. Ich bin the king. Und ich habe es trotzdem getan. Und böse! Oh, da ist es keiner. Und böse! Und da ist immer noch... Oh, irgendwer schießt gerade auf mich. Hier ist gerade ein Sprengmeister. Echt? Das bin ich. Aber auch egal. Wurdest du nicht getötet? Wurdest du... Bist du tot? Ja. Ach, du bist tot! Ja, ich war dumm. Und wenn jemand auf mich schießt, dann war ich zu dumm, um wegzugehen. Und irgendwer schießt gerade hier auf mich. Und nach den Fallen... Die irgendwo... Muss er dort sein. Oder jetzt auf der anderen Seite. Schrei mal bitte ein bisschen. Warum geht das? Schrei mal bitte ein bisschen. Leica Boss. Erinnern, dass es eines dieser Schrei... Schrei mal vielleicht ein bisschen, habe ich gesagt. Oh, ja! Aber bitte eine Zahne. Ja, ich mache vieles mit Zahne. Florian sucht seinen Herbert. Irgendwer schlägt mich. Flo, töte ihn. Oh, ja! Nein! Oh, das ist alles drin. Nein! Alter! Da hat jemand so'n fucking Radar, glaube ich. Ruf, ach Schiss. Ach so, mein Bullshit. Ich dachte, ich hätte jetzt hier das... Alter, irgendwer macht mir die ganze Zeit ein halbes Leben mit Schaden. Kann ich mir das nicht umbringen? WTF? Da hat mich aber einer abgeknallt. Eiger Boss. Dich kill ich noch. Alter! Nicht. Gebehinderte, kleiner Blumentopf. Was bist denn du für ein Arschloch? Da war so'n Blumentopf und der hatte mich immer abgeknallt, gell? Ja, der hat so drrrr gemacht. Double Game Weekend. Im Ernst. Was? Double Game Weekend. Echt? Wann? Ja, keine Ahnung. Dieses Wochenende. Aber es ist ja irgendwie kein Wochenende. Hm, ich hab nichts gefunden. Also, bis zur nächsten Runde, sag ich. Und? Alex! Ja. Okay, tschüss.